ok jetzt erzähle ich euch mal was mit dem bike passiert also ich bin mark ich bin 38 jahre arbeite bei bike components und bin hier im haus für die großkunden zuständig ich habe von der firma die möglichkeit bekommen mir ein marathon bike aufzubauen und da habe ich mich für das lightwell 101 entschieden das darf ich nach meinen eigenen wünschen aufbauen das heißt es wird recht leicht und in der kommenden saison werde ich dann damit auf marathon rennen fahren für das 101 habe ich mich entschieden weil es die vorteile eines aluminium rahmens zum vergleichbaren gewicht eines carbon rahmens bietet und die vielfältigkeit wie man den rahmen aufbauen kann ist einfach klasse man kann cross country trail oder wie in meinem fall ein marathon bike aufbauen ich werde video tagebuch führen ich zeige euch wie ich mich auf die saison vorbereitet und werde euch auch zu wettkämpfen mitnehmen in der nächsten folge zeige ich euch wie ich das 101 aufbauen redest du mir ja 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 Vielen Dank.